Ich, Kulle, spreche gerade aus dem Auf zu euch. Das bedeutet mit anderen Worten, ihr hört, aber seht mich nicht in der Zeit, in der ich euch erkläre, was es bedeutet, aus dem Auf zu sprechen. Diese Kommunikationstechnik wird vorrangig bei Dokumentationen und Reportagen verwendet aber auch bei Nachrichtensendungen, wenn man von einer Situation berichtet, ohne dass man selbst vor der Kamera steht. Auch bei Filmproduktionen findet die Off-Technik recht häufig ihren Einsatz, beispielsweise wenn man Familienchroniken produziert. Denn dort ist es nicht selten der Fall, dass kurz nach dem Vorspann zum Film eine Stimme erklingt, die sich an vergangenen Zeiten erinnert, was man somit als Prolog verstehen kann, bevor die eigentliche Handlung, sprich die Erinnerung, in Bildern fortgesetzt wird. Obgleich in Abständen auch dann immer noch die Off-Stimme erklingen kann. Spontan fällt mir dabei die vierteilige Miniserie Le Clown Pasquet aus Frankreich ein, welches 2007 mit Bernard Lecoq in der Hauptrolle nach Romanem von Georges Diamel verfilmt wurde. Diesbezüglich seht ihr jetzt in der oberen rechten Ecke meines Videos einen Link zum ersten Teil der Serie, wo ihr während der ersten Minute hören und sehen könnt, wie so etwas aufgebaut ist. Davon abgesehen können Off-Stimmen auch zum Einsatz kommen, wenn stille Gedanken eines Schauspielers für den Zuschauer hörbar gemacht werden sollen.